Hallihallo Leute! Willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Mystery. Ich befinde mich gerade hier in, glaube ich, einer der größten Höhlen, die man sich hier in Minecraft vorstellen kann. Und das ist nicht nur eine der größten Höhlen, sondern auch eine der mit Abstand am tödlichsten Höhlen, in der ich zumindest jemals in Minecraft gewesen bin. Ihr freut euch jetzt bestimmt, wie, was, warum, was ist passiert? All das werdet ihr in dieser Folge sehen und ich wünsche euch viel Spaß mit unserem ersten Zwergenabenteuer hier in der tödlichsten Höhle in Minecraft. Also Jungs, wir sind Zwerge. Wir sind der Schatzkarte gefolgt. Wir sind unter der Erde. Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge. Oder falscher Film. Entschuldigung. Habe ich gesagt, du darfst reden? Nein. Alter, das da unten, das ist unser Reward. Ja, da müssen wir jetzt hin und ich hoffe, ohne... Oh mein Gott, ich bin nicht mal am Wasser gelandet. Okay. Ach komm Lars, ich kann dich nicht alleine lassen. Ich kann dich nicht alleine lassen. Let's go. Wo müssen wir denn hin? In die Höhle. Ich sehe nichts. Wir haben keine weiter... Wir haben nur ein X bekommen. Ich sehe nichts. Aber ich sehe die S. Wir alle an mir vorbei zu stapfen, ey. Ich hocke hier auf dem Magma-Block, ey. Mine. Ach wie krass. Oh, oh, oh. Pass auf, da geht's tief runter. Ja, pass auf, pass auf. Wir machen jetzt ein Try My Best. Warte, warte. Willst du jetzt da draus... Oh, tschüss. Ey, der nächste, der nächste, der nächste, der nächste. Ich bin dran, ich bin dran. Okay, 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 okay. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ey, aber den... Oh nein, da war... Oh, ich hatte mehr Leben wie Lars. Keine Ahnung. Ich hab's geschafft. Super. Ja, wenigstens einer, der es schafft. Also die Wege sehen ja hier schon mal super gefährlich aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde ich super nein. Null zu essen, er hat sich denn das ausgedacht. Äh, wollen wir hier direkt ganz runter? Oh mein Gott. Guck mal. Ja, nee, ist klar. Geht weg. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich hab ne Falle für die. Warte, jetzt. Ja, perfekt. Wo müssen wir hin, ja? Ich will die Höhle erkunden. Aber ich hab mal ein bisschen Holz, was man verbleiben kann. Ich denke, ich denke... Vielleicht, also... Ein großes Zwergenreich braucht auch viel Platz. So ne große Höhle, würde ich sagen, oder? Ich will ne große... Das hier ist noch keine große Höhle, oder was? Ich meine, die ist schon ziemlich nice. Überleg mal, wenn man da jetzt alles raushaut, was hier so drin ist. Was passiert und... Hast du mal alles... Ja, aber eins von uns. Wen lassen wir hier? Wer will hier bleiben? Lars, ne? Bleib hier. Okay. Ich geh mal runter, ne? Ich geh auch runter. Ja, ich komm mit. Beim nächsten Schuss bin ich halt Geschichte, aber... Egal. Ne, wir gucken, dass du Rottenflash bekommst. Creeper sind hier unten auf jeden Fall einige. Passt auch in die Richtung. Oh, das war's. Oh, oh, oh. Das geht jetzt hier aber schnell als am fließenden Band. Äh, wir sollten aufpassen, dass... Einfach weggesniped. Einfach weggesniped. Gnadenlos. Ich wollte gerade einen ertrunkenen hauen und dann... Oh mein Gott, wie viele einfach, ey. Das war's. Oh. Motiviert aus dem Wasser gesprungen. Wie ein Delfin. Okay, ich werd wieder sterben. Ich werd wieder sterben. Vor allem die Skelette. Sind so OP. Okay, ich glaub, das macht mehr Sinn, wenn wir jetzt nochmal zurück zu unserer kleinen Base gehen und dann... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich werd sterben. Es sind zu viele Monster. Ich versuch nochmal irgendwie meinen Stuff zu retten mit dem letzten Versuch. Ich auch. Ich brauch mehr Zombies. Ich schwärme mal aushalten. Mir geht's hier gerade relativ gut. Ich hab vier Herzen. Ich brauch nur ein paar Zombies, damit ich was essen kann. Ich brauch vier Herzen. Und es sind hier gar nicht wenig Monster unterwegs. Und bin vom Kiefer in die Luft gejagt worden. Das war ein Chaos. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, das ist echt super schwer mit den neuen Höhlen, muss ich sagen. Habt ihr selber schon die 1.18 gespielt? Wisst ihr, wie das mit den Höhlen gut funktioniert? Könnt ihr mir da irgendwelche Tipps geben? Bitte, bitte, bitte. Lasst mich das gerne mal wissen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich irgendwie halbwegs gute Tools bekomme. Das ist das Aller, aller Wichtigste. Und wenn ich die habe und eine gute Ausrüstung habe, dann kann ich mir nochmal die Höhlen anschauen. Und vor allem hoffentlich dann auch mit Holz und Fackeln alles ausleuchten. Als Zwerg darf man natürlich nicht ganz so schnell aufgeben. Jetzt geht's erstmal darum, wie gesagt, ein bisschen Equipment zu bekommen. Und dann die Höhlen heute hier zu erkunden. Eine gute Stunde ist um. Und ich bin jetzt hier ein wenig in Vorbereitung für den nächsten Höhlenversuch durch die Landschaft gestrichen. Mein Plan ist es jetzt, wie gesagt, sehr, sehr viele Fackeln zu bekommen und eine halbwegs gute Ausrüstung. Und ihr seht, ich bin doch ganz gut dabei. Also einiges, einiges, einiges an Kohle ist zusammengekommen. Und vor allem, es ist eine Menge an Fleisch zusammengekommen, das ich gut brauchen kann, um nachher gegen die Monster zu kämpfen und mich schnell wieder hochzuleveln. Ansonsten ist natürlich viel Holz und andere nützliche Sachen dabei. Und das Allerwichtigste, die heilige Kartoffel ist mit am Start. Das ist meiner Meinung nach eins der besten Nahrungsmittel, vor allem wenn man nachher unter Tage wohnen will. Mir ist jetzt hier sogar gerade noch ein kleines Dorf aufgefallen, was gar nicht weit weg vom Spawn ist. Die Villager habe ich hier entsprechend eingesperrt, falls wir die mal später für eine Villager Trading Hall oder eine Eisenfarm oder ähnliches gebrauchen können. Das sollte jetzt mehr als genug sein. Ich brate das ganze Zeug mal durch, versuche heile irgendwie nach Hause zu kommen und dann versuchen wir uns mal wieder an der Höhle des Todes. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und ich habe jetzt ganz viel cooles Zeug mit dabei. Ganz viel Holz, wie gesagt, Erde, die brauchen wir, um nachher unten was anzupflanzen. Ich bin auch an Karotten und an Bambus vorhin rangekommen bei einem Frack und entsprechend natürlich auch hier eine Menge an Kohle, die ich jetzt hier brauchen kann, um nachher ganz, ganz viele Fackeln zu machen, mit denen wir alles ausleuchten. Insgesamt würde ich sagen, eine gute Kombi, um erstmal da reinzugehen und ich gehe jetzt rüber, gucke mal, was da passiert ist in der Zwischenzeit, seitdem ich das letzte Mal online war und dann schauen wir mal, ob wir die Höhle finden, die ich mir vorstelle, um später hier mein kleines Zwergenparadies zu bauen, wo ihr netterweise wirklich super, super viele coole Vorschläge gemacht habt beim letzten Mal, die natürlich da mit einfließen sollen. Anscheinend hatte jemand schon den Eingang präpariert, das heißt, wir müssen jetzt hier nicht mehr die elendige Treppe runterschwimmen und uns irgendwie gefühlt da mitten in die Höhle sperren lassen. Ein Schaf ist anscheinend auch zu Besuch, ja moin, schön ist zum Darbissschaf, kannst mal mit runterkommen. Und hier wurde auf jeden Fall auch einiges gemacht, wenn ich das sehe, guck mal, richtig schick sogar schon ausgebaut. Platz für einen Verzauberungstisch, ganz, ganz viel Grünzeug ringsherum, die ersten Sachen, die angepflanzt wurden, ich weiß nicht, was das sind, sind das Melonen oder sind das Kürbisse, wenn es Melonen wäre, wäre natürlich ideal, dann habe ich irgendwie schon alles am Start. Ich habe aber die Befürchtung, dass das Kürbisse sind, ja, sind sie auch. Gut, ist wie es ist, ich tue den Kram hier rein und jetzt geht es für uns runter hier in die Höhle. Ich habe schon, wie gesagt, ein wenig Angst und ich bin am überlegen, ob ich mir eventuell schnell hier eine Kiste mache, den wertvollsten Kram da rein tue. Ja, das mache ich, damit das nicht verschwindet, das wäre nämlich dann doch arg ärgerlich, wenn hier irgendwie mal ein paar Sachen von verschwunden sind. Alles ist in Kisten runtergebracht und wir können jetzt loslegen. Ich packe mir nochmal ein bisschen was vom Essen ein, damit sollten wir auf jeden Fall mehr als auf der sicheren Seite sein und noch das entsprechende Schild. Mal gucken, wie wir jetzt hier überhaupt rauskommen. Ich vermute mal, das ist hier hinten in die Richtung. Und jetzt müssen wir ganz, 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 ganz runter und hoffentlich dann auch schnell nachher hier wieder nach oben, damit ich mein Zeug holen kann. Ich hatte schon gesehen, dass hier einiges ausgeleuchtet ist, das heißt, hier war auf jeden Fall einer schon der anderen aktiv. Da unten seht ihr es und ich bin jetzt einfach mal so mutig und hüpfe mal in den Wasserfall hier rein, weil das ist ein guter Weg, um nach oben zu kommen. Und die Höhle, die ich mir so beim letzten Mal schon mit ausgeguckt habe, ist eine Höhle, die ultra, ultra lang ist, aber dafür nicht besonders hoch. Mein Plan, uh, guck mal ein Slime, der liebe Gaming Guides ist zu Besuch, sehe ich hier gerade. Tut mir leid hier, tut mir leid lieber Gaming Guides, dass ich dich jetzt hier gerade mal platt machen muss. Mein Plan ist es nämlich, dass wir eine ganz, ganz lange Höhle haben und die wird sozusagen mein eigenes Custom Biom. Also ich möchte ein eigenes Biom bauen, was sich komplett hier über diese Riesenhöhle, die bis nach da ganz, ganz hinten geht, ich glaube das Ende, wow, das können wir noch gar nicht sehen, sich hier drüber erstreckt. Ich renne jetzt mal hier einfach durch. Einfach, okay, einfach sage ich nicht mehr das Wort. Ich renne jetzt hier einfach mal, nee, ich renne hier durch, so, ohne einfach. Und ihr seht, guckt euch das mal an, was das hier für eine riesen, riesen, riesen Höhle ist. Und diese ganze lange Höhle, die sich hier über die komplette Map wirklich erstreckt, die möchte ich jetzt gemeinsam mit euch hier ausleuchten. Ihr könnt gleich zusehen, wie ich das hier im Zeitraffer mache, mal gucken, ob ich genügend Fackeln habe. Und hier möchte ich sozusagen dann ein komplettes Custom Biom bauen, wo ich meine eigene Zwergenwelt realisiere. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare gehen und schreiben, was ihr euch alles hier so schickes vorstellen könnt. Die große Höhle hier hinten, das ist, glaube ich, die vom Kroko, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und all das, was ihr hier seht, von hier bis nach da hinten, das ganze flache Stück, das soll mein zukünftiges Zuhause werden. Die, das sehe ich auch schon, die nehme ich nachher mit. Aber jetzt müssen wir erstmal hier die riesige Fläche ausleuchten. Was ganz cool ist, ist natürlich die neue Spawn-Bedingung für Monster. Die spawnen jetzt nicht mehr am Lift-Level unter 8, sondern unter einem Licht-Level von 0. Das heißt, wir brauchen gar nicht so krass ausleuchten, wie es vorher der Fall war. Es reicht, wenn das zumindest hier so ganz grob ausgeleuchtet ist. Die Höhle ist so gut wie ausgeleuchtet. Und all meine, was war das denn? Fackeln sind auch schon so gut wie weg. Ich habe jetzt alles Holz, was wir haben, nochmal in Holzkohle umgewandelt. Und ihr seht, wir haben hier wirklich eine riesen, riesen, riesengroße Höhle. Ich weiß gerade selber nicht, ob ich mir vielleicht doch ein bisschen zu viel vorgenommen habe. Aber die Idee ist, die ganze ausgeleuchtete Fläche, die ganzen kleinen Nebengänge, die muss ich irgendwann nochmal zumachen. Irgendwann, wie gesagt, zu meinem eigenen kleinen Paradies umzuwandeln. Was ich jetzt natürlich nochmal mit euch mache, ist gleich einmal hier eine erste kleine temporäre Basis einzurichten. Das sollte nicht allzu viel Arbeit sein. Und natürlich darf auch jetzt der obligatorisch erste Diamant nicht fehlen, den ich hier aufsammle. Nicht wundern, ich habe gerade schon vom Krokundia aufgesammelt. Dementsprechend habe ich das Achievement schon mal eine Ecke früher bekommen. Aber hier im Boden sind teils hier und da Diamanten versteckt. Die ganzen Erze auch. Die sammle ich ein. Noch mehr Dias, die nehme ich gerne mit. Komm, sogar noch ein paar mehr. Und dann können wir gleich mal unsere ganzen Kisten ausleeren, eine kleine Ackerfläche anlegen. Und dann haben wir hier unsere Höhle. Und ich bin gespannt, was eure Ideen sind, was wir hier insgesamt überall in der Höhle später mal so mit einbauen können, damit das hier ein richtiges kleines Zwergenparadies wird. Wen haben wir denn da? Ein wildes Krokodil. Ein wildes Krokodil. Vorsicht, definitiv nicht bissig. Nicht bissig. Du musst schon genug beißen hier unten. Ich habe hier unten nämlich auch schon fleißig ausgeleuchtet. Ja, ich sehe es gerade hier unten. Echt, echt, echt viel hast du hier gemacht. Und da unten ist erstmal deine und Lars Starterpunkt gewesen. Ja, wir hatten uns durch Zufall noch getroffen. Und er hatte mir dann Holz mitgebracht und Setzlinge. Und dann haben wir uns da einfach so ein bisschen, ja, festgesetzt. Weil irgendwo musst du ja anfangen. Ja, das stimmt, definitiv. Boah, hell, aber dieses Jahr schon das Licht am Meer. Sieht krass aus, ne? Wenn du jetzt hier oben stehst, guck mal, bist du da ganz, ganz hinten zum Ende. Was das für eine Riesenhöhle ist. End cool. Ja, das wird die große Höhle sein. Für alles hat es noch nicht gereicht. Hier hinten ist noch tatsächlich ein bisschen was nicht ausgeleuchtet. Keine Ahnung, ich glaube, das war jetzt fast ein ganzes Inventar von Fackeln. Aber die stehen sehr dicht bei dir, ne, die Fackeln. Du kannst ja die Fackeln sparen. Ja, wahrscheinlich zu dicht, weil man braucht ja jetzt nur noch vom Lichtlevel her deutlich weniger als es vorher war. Snacken wir mal ein paar. Aber eh zu wenig. Du kannst direkt da vorne auf die Lücke setzen. Dann leuchtet es hier ein bisschen mehr aus. Ne, das ist der Plan, Koko. Was meinst? Wo soll ich jetzt meinen ersten Unterschlupf bauen? Also das ist jetzt erstmal nichts Dauerhaftes, sondern wirklich nur ein kleiner Unterschlupf. Ich tendiere fast dazu, das irgendwo zu machen, wo keine Monster von über mir reinfallen können oder von unten her kommen können. Am besten, glaube ich, irgendwo hier in der Mitte. Was meinst du hier, wenn ich mich hier so reingrabe? Hier ist ein endguter Ort. Ja. Hier, schöner Blick in alle Richtungen gleich weit weg. Ja. Oder natürlich da gegenüber, weil es ein bisschen oberhalb ist. Ja, wir können ja mal kurz rüber gehen. Aber es ist so weit. Krass, wie groß das schon ist, wenn du hier überlegst. Einfach nur einmal von A nach B. Ich esse die ganze Zeit schon Fleisch von Höhlenzwergen. Oh, die Armen. Ne, da unten ist schon cool, glaube ich. Du könntest auch hier oben, da oben rein. Ja, das muss ich nochmal irgendwann alles zumachen, die ganzen Sachen, die da sind. Da oben rein könntest du aber auch, ne? Ja. Stimmt, 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 stimmt. Wird man bei dir gleich wieder umgenietet? Ne, ne. Das Eisen kannst du haben. Die Dias habe ich schon alle abgebaut. Fünf Stück waren es. Ich hole jetzt mir erstmal hier noch den nächsten Gaming-Guides. Also an Slime wird es mir auf jeden Fall nicht mangeln, Kroko hier. Das kann ich schon mal so sagen. Also eine Slime-Farm. Ne, überall. Slimes gibt es überall. Die braucht man hier auf jeden Fall nicht bauen. Gut. Ich werde, glaube ich, die Seite hier unten nehmen. Ich werde hier hinten mal anfangen zu bauen. Kleines Feld. Die Sachen für die Grundnahrungsmittel. Und dann gucken wir gleich mal, wie es ausschaut. Die Höhle ist vollständig ausgebaut. Und ich, Depp, habe natürlich vergessen, den schönen Aufnahmeknopf beim Zeitraffer zu drücken. Ja, der Kroko war so nett, hat mir noch ein bisschen geholfen. Und ich habe mir jetzt hier so eine kleine Plantage angelegt, wo wir erstmal zumindest mit den Rohstoffen auskommen, die man so als Zwerg hier unterirdisch braucht. Ihr seht, ganz, ganz viel Holz ist da. Das brauche ich primär für die Kohle, aber auch natürlich für das Holz, für verschiedene Bauprojekte. Hier vorne sind jetzt noch die ersten beiden Felder mit hinzugekommen, wofür wir die Erde mitgenommen haben. Die ersten Karotten können wir sogar hier gemeinsam ernten, sind schon ausgewachsen. Und so kann ich jetzt hier Stück für Stück für Stück meine Nahrungsquelle zumindest sichern. Das gleiche gilt hier für die Weizenseite. Ansonsten, muss ich sagen, sieht es wirklich episch mit der Höhle aus. Ich habe fast ein bisschen Angst, dass ich mir zu viel vorgenommen habe. Aber ihr könnt mir ja mal Ideen reinschreiben, was ihr denkt, was alles so in so eine Höhle gehört. Ansonsten findet ihr hier ganz, ganz viel Slime, den wir aufgesammelt haben. Die restlichen Sachen, die noch übrig sind. Materialien, Eisen, Dias, all das, was ich schon gefarmt habe. Und ich denke, damit haben wir für die zweite Folge einiges geschafft. Sind jetzt hier unten gut und sicher angekommen. Sind gar nicht so viele Monster da, wie ich jetzt befürchtet hatte, wo es ausgeleuchtet ist. Und ich denke, das war wirklich ein ganz guter Start hier in der zweiten Folge als Zwerg. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst gerne einen Kommentar für mich oder den Algorithmus da. Und schaut gerne meine anderen Videos, das hilft mir am meisten. Und ich sage jetzt an dieser Stelle ganz lieben Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Ciao, Leute.